mein handy gucken wenn die gruppe oder bewegst dich ja schon in meinem game definitiv das ist sehr schön wo ich muss ja follower mehr haben ich habe jetzt 88 hatte ich nicht 87 nach dem letzten das ist ja ein ding aber schön als müssen wir den hier wieder niederknüppeln der geist ist auch weg ja da steht immer so ein typ an der ecke der dann immer eingreift genau der ist auch nervig ab und zu kommt da mal angehüpft das sind ja die die von oben runter fallen genau die waffe ist schrottig so war gleich auf dich gegangen auf jeder ich weiß gar nicht vielleicht weil ich so schön leuchte das ganze oder steht ja noch einer hinter ja ich hab gar nicht hinter der tiefste ach gott weil ich bin ja ein trottel ich bin ja falsch gelaufen ein bisschen hinten links rein zum entgegner ja das war nur kreisgelaufener hurra noch mal kurz stehen bleiben wegen der kondition dass er keine schnappatmung kriegt die beiden hole ich mir auch noch mal der eine hat sogar einen würfel liegen lassen schon wieder über 4000 punkte aber adana schlägt jetzt aber auch ganz gut zu ne das reicht auf jeden fall ja der jetzig war mit seiner raketen selber geschossen das war sehr gute arbeit so dann müssen wir hier lang ach jetzt haben wir diese eine tür gar nicht probiert vielleicht geht hier jetzt auch äh stimmt ja scheinlich nicht ich weiß nicht ob man da einen schlüssel für braucht oder so wollen wir mal probieren also ich meine wir auch machen ist ja gleich hier ne ja die war quasi gegenüber von dem wo wir anfangen genau so ist er quasi hier ist der gang mal hinten rumlaufen wahrscheinlich braucht man da schlüssel ich habe schon wieder vergessen wie das hieß und was mit ist ja irgendwie so was war das senatorium oder sondern ich habe sonst ist es ein scheiß hier kann man sogar sagt zerstört mir doch nicht konnte man die nicht immer zerlegen irgendwie hier die oder dann schon wieder ich habe schon mal wie rambo reingekommen ich habe alle hier gebündelte und ich kann durch dieses mittlere ding hier durchlaufen ja ich konnte eben ja ich auch ich konnte eben auch diese eine kiste nicht zu hauen sondern bin da durchgelaufen ist ja wieder geil ist ja interessant oh ne treppe okay das ist ja mega ja jetzt geht es hier noch lang da kann ich auch durch kisten durchlaufen das ist ja ja das ist echt also ich habe eben auch gedacht alter wenn ich jetzt darunter falle so kann man ja irgendwie noch hoch ne hier können wir auch nur durch die kisten laufen da ist sehr toll achten ist der lager ja aber hier geht es ja auch noch weiter vielleicht muss man ich glaube man kann ja hier durch alles durch rennen ist ja komisch ja auch hier ist ein fetter ja auch gesagt hat er au auch ein paar aktionen die hier rumliegen patrialknochen wo geht es noch her oh das ist ja das ist ja wie weihnachten Alter, fette Treppen hier. Okay, ist hier irgendwo was versteckt. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Scheiße, ja, ich bin tot, oh man. Oh Gott, naja, kann passieren. Ja, das ist wieder so eine beschissene Stelle wie mit der Treppe, weißt du, wo du dann springen musst. Naja, erste Runde. Genau, war schon mal nicht schlecht. Immerhin sind wir da reingekommen. Ja, das ist schon mal cool, ey. Und gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ah, du kannst leveln, das ist gut. Bäm, ich bin level. Oh, Alter. Bruce Lee. Wie? Würde ich auch sagen, gehen wir hier gleich rüber, ne? Ach so, aber so ein Stückchen werde ich immer länger, weil ich jetzt noch einbrauche. Mhm. Ja, das war mir auch ganz gut. Ich muss mich da auch schon ein bisschen disziplinieren, weil ich muss auch ein bisschen aufräumen. Und ich kenne mich, wenn ich denn hier wieder versacke. So. Ich bin schon mal gespannt, ey, wo das alles hinführt, ja. Ja, ich auch. Ah, Vorsicht. Wollt's noch einer wissen? Ja. Ah, der Prozessor ist ja auch wieder da. Diese Fische, die finde ich so nervig. Ja. Wo geht denn das hier eigentlich lang? Es ist nur das Gegenstück, ja? Ich weiß nicht, wir können ja auch da hinten, äh, da gab's ja auch so eine, hier, diese Treppe da hoch. Ach so, hier geht's wieder zur Treppe. Warte mal, dann war das... Wir können ja mal hier, also diese Leiter meine ich hier. Mhm. Sind wir irgendwo draußen? Okay, ich komme mal hoch. Ich glaube hier, wo du letztes Mal meintest, wie kommt man da hin? Ah, okay. So, interessant. Ach, das ist quasi, da hinten ist quasi der, dieser Platz, wo wir ja immer platt gemacht haben, ne? Genau. Das ist das hier, kann man hier, äh... Nö, ich dachte, das wäre hier die Eisenbahne, aber ich gehe mal die Welt wieder zurück. So ein Hinweis. Ja. Und was mit rauf, runter, Tür. Weiß nicht. Ja, das ist ganz cool, und dann steht da, äh, Fasser bewerten. Äh, felsam. Ja, mal mehr scheint hier nicht zu sein, ne? Ach, oder kann man selber irgendwelche Hinweise für Anzeige machen? Ja, ich kann auch noch andere Spieler hinterlassen. Stimmt, ja. Deswegen steht da auch mal Autor bewerten, oder so, ne? Und dann rauf, runter, Tür heißen. Haha. Mhm. 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 Mehr ist hier nicht, ne? Nee, irgendwie nicht, aber es scheint ja dann wirklich so ein irgendein Geheimnis zu geben, hier. Mhm. Oh Gott, was soll ich jetzt hinterher? Nee, hier kann ich wieder durchlaufen. Ja, ich auch. Haha, echt? Das ist ja merkwürdig manchmal. Heftig, heftig, äh, geht's voll ab. Ah, hier ist dein Saft. Ah. Das ist hier, wo man springen muss, ne? Ah, genau, ja, hier. Gut, dass du stehen geblieben bist. Ja, sehr gut. Oh, was ist denn hier? Ach, hier kommt man, hier ist ja nix. Okay. 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 Sehr merkwürdig. Ist das jetzt gut? Ja, man könnte wahrscheinlich hier so schräg rüberspringen, ne? Aber ich weiß nicht, was es anders bringen würde. Weißt du, wie hier diese Plattform vor uns. Okay, und? Hm. Gibt's was? Nö, jetzt bin ich... Jetzt bin ich hier. Ich bin fast runtergefallen schon, ja. Nö. Jetzt habe ich das Problem. Jetzt komme ich da gar nicht, komme ich gar nicht mehr zu dir hoch. Ja, dann komme ich halt runter. Oh. Ah, da war auch nicht mehr, ne? Warum hier? Nö. Ach, hier unten waren wir ja überall schon, ja. Hat ein bisschen Energie gekostet. Okay. Kann man verkraften. Dann würde ich sagen, laufen wir mal zum Endgegner, ne? Ja. Ach, hier ist auch wieder einer. Da hat er gleich beide platt gemacht. Oh, noch einer. Oh, sehr gut. Ja, hier war ja nix mehr, ne? Mit Schalter oder so. Nö. Ich glaube, wir müssen ja links rum, ne? Ja, genau. Ich wollte schon mehr den großen hinterherren, aber wäre ja Verschwendung. Naja. Gibt halt Punkte. Ja, das stimmt. Ja, dann machen wir die auch nochmal platt hier. Alter. Voll der kaputte. Ja. Ja, dann gehen wir uns. Ja, hier haben wir uns zu verraten. W Innere Fl cruisingverief, wie wir uns zu finden sehen? Ja, einfach必須 decía. Ja, ich wäre chip. Ni. 5000 pettym ist eine Ressannahstellung. Das stimmt. Ja, da frag достиhe. also dein schwert voll lang geht ja du hast noch mal lange gesperrt so haben wir ja weg gemacht wird es auch schon wieder 15.000 punkte so jetzt müssen wir mal gucken hier waren wir schon da ist auch noch einer scheint es auch irgendwie hinzugehen okay also ich weiß es nicht aber da gibt es ich weiß nicht was da unten gibt aber da gibt es eine hand aber wenn man darunter schlägt die leiter geht sogar noch hoch die linke stunde da war ja noch einer und schalte hast du den mal gedrückt ich guck mal geht nicht runterfahren ja ich glaube da waren wir schon mal aber ja das war wo du meintest hier kenne ich mich aus hier war marsch ach alles klar genau und dann sind wir zu diesem komischen energiefeld gekommen wo wir nicht durchkommen ach stimmt ja genau hier waren wir hier theoretisch wieder zurück die sind aber heute morgen gut drauf da ja ja genau das war ja hier und dieses hier ist das energiefeld dann glaube ich gleich oder jetzt laufmeyer zurück genau hier können aber auch hier und dann gibt es hier noch eine leiter quasi also hier versteckt auch hier ist auch wieder eine treppe noch eine treppe ja und ich bin hier fast so ein kopf gesprungen was passiert eigentlich schon ah dem verbrennste ach okay da ist Säure drin hab ich gemerkt ja ich hätte auch schon mal ich dachte auch schon mal ich müsste das kaputt machen weil es so interessant aussah das macht auch über zeit schaden alter übles zeug ja hier waren wir noch nicht scheinbar oh hier ist ein fahrstuhl sehr gut ich werde wahrscheinlich sterben immer noch vergiftet ah jetzt ist es weg jetzt kann ich mich dann heilen glaube ich vielleicht ist das ja dieser turm den wir mal so war ganz schön riesig hier ja mal gucken wir da durchkommen oh sieht nicht so aus dann habe ich auch mal gespannt muss man bestimmt irgendwie alter da sind vier aktionen ja aber es gibt auch keinen hinweis oder sowas oder ist dieses zeichen da oben ein hinweis das kann sollen es ist auch mein kreis links oben wieder rot geworden ja bei mir auch so wie wenn unten beide türen zu sind ja ich weiß auch nicht was dieses minus eins bedeutet also mir unter diesem kreis und minus eins stimmt ja ja seltsam seltsam haben wir noch nichts verloren aber hier können wir ja nichts drücken ja war auch schön ne wir sind auch überall diese hände ja das verstehe ich auch nicht merkwürdig kann man hier runterfallen ja auch sehr gut da geht es ja ganz nach unten ne ja wir können ja noch anders machen ja dann gehen wir wieder zum endgegner nehmen wir mal die große treppe würde ich sagen ne ja das finde ich dann haben wir schon alles soweit erkundet hier ist ein großer jetzt nicht mehr genau auch hier kann man abkürzen hier lang läuft ja dann kommt man gleich hier raus so dann müssten wir ja da ist eine treppe aber ich glaube diese hier diese ganz große genau oha kann man hier fallen die grafik sah im boden so schwarz aussehen hier waren wir noch nicht oder ne so die tür geht auch nicht auf hier ganz gut geht es ganz gut geht es okay hier ist nix hier ist eine bahn kann man da kann man da fahren es gibt einen knopf ich kann nicht die tranken dass die transistor ist transitsystem ist offline hatte kann ich mal sprechen das müssen wir irgendwo strom anschalten wahrscheinlich das ist jetzt nur unseren hamster besorgen eine treppe nun balkonien ok auch schön mal so zwischendurch zu gucken ja gibt es ja nichts da geht es weiter aber noch eine treppe oh gott ist alles kaputt kaya lebensgefährlich ja das ich habe dann immer angst dass die knöpfe nicht reagieren oder so ja das finde ich auch ich hoffe der macht strom an oder so er leuchtet ja hier hier geht es wieder zur ecology ok mal gucken waren wir da schon ja das kann sein wir sind ja links in diesen roten turm gegangen und links ist der grüne glaube ich college war doch das war noch heute mal wenn ja mal knopf drücken wir gucken wo wir hinfahren ach der aufzug ist jetzt online jetzt weiß ich es kann sich noch daran erinnern da war als wir ganz am anfang in ecology waren da waren wir links in der blauen tür einer roten tür und dann war in der mitte so eine art fahrstuhl da stand immer der ist offline den können wir jetzt nehmen das heißt wir müssten da aber wahrscheinlich dann was wir gar nicht hinreißen oder so das hast du jetzt angemacht indem du den knopf da gedrückt hast genau das steht jetzt der fahrstuhl ist jetzt online ich hoffe mal dass das der war hier kann man echt nur übel runterfallen war das knapp und wird und das denn jetzt und das geht gar nicht noch kommen wir gar nicht zurück oder müssen da eine ecology bleiben irgendwie ging es doch noch ein zweiter oder genau weiß nicht okay ah ich bin runter gefallen aber wir müssten dann ja wieder am ding starten am stein und ich weiß wie wissen das mit den reisen wir konnten doch konnten wir nicht am stein auch irgendwo hinreißen oder so und da kenne ich mich nicht mit uns gleich mal gucken ach jetzt war hier wieder reißen wir da noch mal hin vielleicht haben wir da auch noch was übersehen so und zwar genau hier haben wir ja den ach hier können wir runterfallen warte mal ich mach mal ach wir können hier fahren select floor ebene a3 ebene 2 nehmen wir mal ebene 2 dann haben wir das habe ich den aktiviert den fahrstuhl aber haben gar nicht mehr versucht den zu fahren richter ja ja auch coole aus für digital tafel hier gibt es sogar so eine maschine hier ach genau genau dann sind wir hier richtig das ist der fahrstuhl oben der nicht funktioniert hat vorher der immer offline war bewusstsein kubus einsetzen aber wir haben ja gar keine ich weiß nicht also ich kann es gar nicht bedienen so und zwar hier haben wir auch angefangen ach stimmt und quasi wir sind jetzt hier links reingegangen haben das bekämpft und müssten theoretisch dann hier eigentlich rein ich kann ja mal gucken ob ich vielleicht ist das der tormschlüssel ich kann es ja mal bedienen ja ja passagier schein nicht gefunden sagt sie hier kommen kann ich mal kurz vielleicht kann man auch mit dem fahrstuhl dann noch anders hinfahren ja genau das können wir auch noch mal probieren ja hier haben wir ja angefangen hier links hier ist auch nichts noch die tür ist ja weiterhin zu nur wir waren ja ebene 2 dann habe ich auch hier hinten raus gar nicht gesehen sie ist ja kennst du das schon das finde ich blöd an der grafik da sieht man manchmal gar nicht dass es eine glasscheibe ist ja habe ich auch gerade gedacht das ist ja cool hier brennt ok hier kommt man dann hinter also die blaue tür die wir vorne nicht öffnen können können wir quasi von hier aus dann daran ok hier ist eine treppe ja komm mal den ganzen fischern ach du heilige neune das sind hier für schön hier ist wieder so eine fliegende ikea lampe 1 2 2 1 2 4 1 ist sehr gut ja dann kommen wir hier in den district vor war noch gar nicht war das cool ist noch so ein dicker dann jamba monats abo nicht bezahlt genau stirb alter haben wir ja neue beinstücke gekriegt es sehe ich aus wie dank weniger es ist alles irgendwie schlechter als das was ich habe eigentlich ich kann die noch nicht tragen ach bei dem guck mal bei dem körpermodul da haben wir 44 andere das wusste ich auch noch nicht doch photon verstärker aktion kondensator ermöglicht die energiegewinnung aus mitgeführten aktion zur erhöhung der reflexe mein schatz sehnen verstärkung leiste mehr mit weniger ausdauer allerdings bei einem schwächeren konstitution es ist quasi bei diesem körper also bei dieser dreieckigen pyramide ach so ja dieses komische ding ich habe photon verstärker oder so aber ich habe die das gesundheitsmodul es gibt den geringeren boost irgendwie also das ist von anfang ist schon ein bisschen merkwürdig auch bieter ist noch so ein gespielter rosa schuss noch mal ja was so fehlt sagen wir was bei remand besser ist sind so generell und wieso so die kommunikation und man hat so man weiß man läuft zwar rum und so aber es ist sehr wenig story ja gar nicht was für ein wundersames vorgang solcher bizarre instrumente anzufertigen nur aus dem fragment einer gottheit jetzt können wir echte zwiesprache den göttlichen halten welche wundbaren zeiten wir doch leben tolle information ja auch hier nicht beschwert es gibt keine geschichte jetzt kriegst du geschichten ja genau das ist auch wieder nicht richtig ne so hier spät hier spät eine kugel wird mal x interagieren alma mater atrium okay gehen wir da meinung da waren wir noch nicht ne da geht jetzt weiter halt da richtig lutschi geht es jetzt ab ja kommen wir endlich mal vorwärts oh alter ich laufe erst mal geradeaus fall runter und denke scheiß aber alles richtig gemacht so das sieht ja ja den pilzen und so lecker in der peter auch wenn die fische noch hier wären könnte man eine schöne pilzfahne mit fischen hier ist noch ein rest den kann ich aktivieren ohne pilzfahne lecker lecker war das was ich ich habe gestern das update von remit runtergeladen das waren 7,8 gigabyte irgendwie ja und dann noch mal irgendwie 5 irgendwas mit 100 oder so und dann heute morgen noch mal gigabyte kann ich am zwanzigsten kann ich da kostet 99 euro 99 hole ich für uns beide gleich und das wird bestimmt richtig fett so was warte mal was haben wir denn eben bekommen ob diese schusswaffe okay ich bin mir auch was mit insuline oder sonne railgang 99 action neuer niedlich ich hoffe schön zurecht aber hier gibt es wieder was zum sammeln wort ist gut insulin stange nur ganz toll nervenanzug achten haben wir schon hier habe ich wieder ein schalter zum interagieren ich drückte mal okay ach so der ringaufzug ist offline steht da bitte untergrundsteuerung aktivieren okay ist das hier der ringaufzug hier wo ich bin kann sein ja ich sag ja ich sag ja ich sag ja ich sag ja hier mal ein bisschen suchen wahrscheinlich hat es natürlich wieder riesig hier das stimmt wir sehen uns ja nicht dass immer blöd wenn sie einer entfernten ja das finde ich auch recht nicht so gut gelöst also wenigstens wenn so ein pfeil irgendwie an der seite wäre dass da bist also nach links oder rechts ja das stimmt hier fahren wir hier waren wir hier schon ich was ja noch dann aber müssen ja irgendwo den ringaufzug ich dachte eben das wäre hier und da ganz am ganz am anfang gab es noch so eine komische treppe ich sehe auch da hinten geht es auch hier gibt es auch nicht hier wollen wir nicht weil hier ich sehe auch rote fische und so ein krams hier kann man aber das einzelne kohlenstoff reste sich hier so nach einer maschine an irgendeine ja hier kommt man scheinbar nicht rüber aber hier geht es weiter nahkampfreflexkonduktor haben wir bekommen das ist natürlich was feines heute ein bisschen gepanzert der typ gewesen aber ging noch veredelter kohlenstoff kann das sein dass der nahkampfkonduktor bei dieser pyramide ist ne ja oder von sich aus einfach funktioniert ja das kann sein ja heute bisschen schicker aus als die anderen jetzt könnten wir hier auch überspringen theoretisch stimmt ja der musste sich erbrechen ja wieder rumgerotzt hat was ist das hier für eine kammer einfach nur eine kammer ich hab jetzt hier mal was gedrückt hier kommt ein fahrstuhl jetzt geht es bergab ich mache das schlecht hier bringt ihm sein linie anzug auch nichts ach kann das sein dass das hier die ecke ist wo wir dann rüber springen wollten das kann schon fallen ja es ist und so raus ist ja nice auch scheiße jetzt das ist ja nicht mal merke ich er hat den da ganz hinten anvisiert alles zu kotzen mich nervt das auch immer kannst du nix machen die tür wenigstens hier ist auch noch eine treppe ich gehe erstmal den fisch da ich komme mit machen wahrscheinlich muss man aber fix sein ich kann betreten aber ich war nicht genau hier ist noch das versteckt sehr gut weiter ist aber eine riesen treppe wieder für so eine kleine figur ich habe mich erst mal geheilt kann man hier wieder rein da ist auch was hat die strahlungs injektion haben wir jetzt bekommen oh alter oh gott wer hat da ein problem wir können hier in den räumen bisschen vor dem weg laufen glaube ich bei uns müssen verstecken obwohl die ist eine leiter sogar noch mal ist hier in der ecke noch was versteckt modellschusswaffenkonduktor hier geht es wieder runter oder landen und dann und dann leck mich an der tisch auch wie du bist das ist ja nicht ganz klussbar der typ ich glaube den hol ich mir jetzt mal was zum einsammeln ja hat es dich zerlegt ne ne ich liebe noch ich wollte nur diesen kristall hier zugang verweigert zugang verweigert da muss verwechseln aufmachen auch zugang verweigert du bist jetzt sehr gut das ist nicht auszuhalten mit dem typen gucken wo der hingeht ja in ecology anderside alter jetzt gibt es aber wieder gegner die so lecker sind die einen so rösten wollen ja oh hier ist auch wieder ein riss sehr gut 9700 punkte nur das ist ja das ist ja nichts das ist ja schon mal sehr gut ja riesig ja auch wo er ging aber fix schon panik gehabt dachte alter das stimmt nicht nett hier sind treppen wieder aber ich würde sagen wir suchen das hier unten erst mal noch ein großer ich bin unten geblieben ist auch eine tür hier ist ich habe ein fahrstuhl gefunden aber ich vermute mal ob der uns nach oben bringt das ist ja super verzweigt ja das geht mal weit nach unten und wieder ein riss das finde ich auch gut ich muss mal noch eins nach dem anderen durch arbeiten ich muss euch zum sammeln aber das ist immer gut und schalter den kann ich aber nicht ich muss ich mich wahrscheinlich schnell durchrollen das ist eine art schleuse alter der sonne und meine coole optik ich glaube wir kriegen hier schaden kann das sein es ist kalt wir müssen hier irgendwo schnell weg oder so ich weiß gar nicht ist das zu tief darunter zu fallen auf springen wir rüber hier hat geklappt ist eine treppe hier geht es von oben wieder rein aber da kommen wir wir kommen wir von oben genau hier kriegen wir wieder ich bin auch gestorben ich glaube wir sind mit unserer stunde auch durch ja sind wahr ich war jetzt gerade so spannend ich kenne mich ich könnte jetzt hier nur drei stunden zocken ich würde sagen wir machen an der stelle echt einen erschluss ja finde ich gut dann kann ich gleich einkaufen ja können wir unsere pflichten wenigstens einhalten genau ok stream mal aus in k